Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Bilk. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 115 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 2600 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Mauschalmiete